Hallo Leute und herzlich Willkommen zu meiner ersten Folge Minecraft. Ja, das ist das eigentlich erste richtige Video, was wir auf meinem Kanal machen. Ich kann wahrscheinlich nicht nach Kommentaren oder so Fragen und mehr Videos, weil ihr das sowieso so wenig seht. Das mit der Kiste, das habe ich jetzt auch geschnitten, weil es sonst viel zu lange gedauert hätte. Die habe ich jetzt schnell gelootet. Ja, soll ich das noch mitnehmen? Ja, die Kiste schon, aber da sind halt nur noch unnützliche Sachen drin. Okay, egal. Gehen wir mal durch den Wald und gehen dann in die Werkbank. Hören wir mal schnell raus. Ja, dann bauen wir uns da... also machen wir mal Stöcke. Aber ja, okay, machen wir Stöcke. Für die, dass wir uns runter bauen können, aber eigentlich haben wir schon Stöcke vergessen. Und ich baue mich schnell runter, dass wir einen Stein bekommen. Ähm, ja, vor allem mit der Karte, ne? Ähm, bauen wir mal hier den Stein ab. Ähm, ja, wie viel brauchen wir für den Ofen und eine Spitzhack? Ich habe schon ein Schwert, kann ich mir dann eh aus Eisen machen. Ähm, unser heutiges Ziel ist, Eisen trotzdem zu finden. Ähm... Ich bin gespannt, wie das jetzt wird, meine erste Folge Minecraft. Ob ich reinschießen werde oder ob ich die Folge Pro sein werde. Ähm, ja, ich würde mich halt freuen, wenn ihr auch meine Videos liked. Also die zwei Leute vielleicht, die zuschauen. Ähm, ähm, ja, alle, die meine Videos sehen, bitte, bitte weiterleiten. Ich eh, ich müh. Ähm, weil ich habe mit meinem Cousin Faiko, wer ihn kennt, ähm, auch schon Videos gemacht. Und wir haben die Werte gemacht, ja, wir haben halt schneller 50 Abonnenten gemacht. Und ja, helft mir da please weiter. Ja, gehen wir zurück zu Minecraft. Ähm, Ofen haben wir jetzt auch. Spitzhacken haben wir. Steinschwert brauche ich, wie gesagt, nicht. Ähm, weil ich ja auch die Axt habe halt zum Schlagen, die macht halt nicht damage. Ähm, was mache ich jetzt mit dem Ofen? Ich habe ja noch gar kein so nichts. Ähm, egal, bauen wir mal die Weprache und wir gehen weiter. Ähm... Ja, heute noch ein Bett zu kriegen, wäre auch nicht schlecht. Weil ich gar keinen Bock habe auf die Nacht. Ich sehe, ich bin schlecht in der Nacht. Ja, sogar, brauche ich. Ähm... Das Ding, lass mal. Äh... Ja, am Tag bin ich der absolute Pro. Ähm... Und in der Nacht... Ja. Da verstecke ich mich nur. Ähm... Äh, Kies, warte, da nehme ich gleich mehr mit, falls wir einen Feuerstern bekommen. Jetzt, please. Ähm... Ich sag, bei dem kommt einer. Bei dem. Bei dem. Ja, erster Versuch. Versuch. Ähm... Gute H, perfekt. Ähm... Okay. Ähm... So, ja. Das passt er nicht. Ähm... Jetzt, äh, gehen wir auf die Suche nach Eisen. Also eigentlich grundsätzlich nach einer Höhle. Ähm... Ich... Vielleicht kann es lange dauern. Vielleicht kurz kurz... Ah, ein Schaf. Brauche ich. Viel, 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 viel. Kommst du her? Kommst du her? Kommst du her? Kommst du her? Was? Nein! Dann... Dann komme ich eben zu dir. Wenn du nicht kommst, komme ich zu dir. Ha, ha. Nicht Schatzkicks. Ähm... Okay. Was mache ich denn jetzt? Äh... Stimmt, eine Höhle suchen wollte ich. Äh... Blöde mal. Also wieso spawne ich irgendwie einen Walz? Das ist so nervig. Du musst die ganze Zeit links, rechts, links, rechts, links, rechts. Und dann wundert sich Minecraft. Und wieso bekommen die alle so schnell immer? Nix. Gar keine Höhle. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Ich brauche Weißes. Was? Wisst ihr? Ähm... Habt ihr schon mal... Ein... Ein rosanes Schaf gefunden? Oh! Warte! Ich glaube da ist eine. Wow! Okay. Da spreche ich mit 360 rein! Wie gesagt. Ich bin am Tag der Pro. Und in der Nacht bin ich... Ja... Schlecht. Da verstecke ich mich nur. Leute. Das habe ich nie gesagt. Ich habe nie gesagt, dass ich am Tag der Pro bin. Ich habe gesagt, in der Nacht bin ich der Pro. Ich bin dies. Ähm... Sorry auch, dass meine erste Aufnahme so lange dauert. Ähm... Normalerweise würde ich sagen... Ja... Zehn Minuten. Das dauert länger als zehn Minuten. Also... Ich musste auch ein paar Sachen schneiden. Also... Hätte das mehr als 20 Minuten gedauert. So fast 25. Ah! Oh! Puh! Okay... Ja... Nehmen wir die gelben Blumen mit Hals. Mal als andere Schafe sehen. Dass wir die töten können. Und trotzdem ein Bett machen können. Ähm... Dass sie... Ähm... Farbe ändern. Ja... YouTuber zu sein ist schon auch cool. Das war seit ich sieben Jahre alt bin. Eines meiner Träume. Habt allein noch so ein Tablet oder so Videos gemacht. Oh süß und Doki! Ähm... Und... Hab halt... Ähm... Was ist das denn? Hab halt... Immer gesagt am Tablet, ja ich bin YouTuber und so. Also hab halt so Aufnahmen gemacht. Aber... Die waren halt nicht auf YouTube oben. Ähm... Und außerdem... Das war bei mir bei TikTok damals so. Ich hab immer meine Lieblingssitz übergegrüßt. Und... Schaffe ich den Sprung? Warte, schaffe ich diesen Sprung? Boah, ich hab doch gesagt, ich bin der Pro am Tag. Ähm... Damals hab ich wirklich gesagt, grüß Paluten, grüß Banks, grüß Dufix, alles. Äh... Und ich hab halt dann am Ende 500 Follower gekriegt. Und dann wurde ich gebannt. Weil ich mit 7 mein Gesicht gezeigt hab. Was ich jetzt hier auf YouTube nicht machen werde. Also... Teilweise. Naja... Gehen wir weiter zu Minecraft. Ja... Die Erdböcke brauche ich nicht mehr. Ähm... Und schreibt mal, ob ich mit Falko einen Podcast machen soll. Also... Die zwei Zuschauer vielleicht, die hier zuschauen. Ich mach halt nen Trick. Ich frag halt meine ganze Klasse, ob sie mich abonnieren können. Und dann hab ich 30. Und mein Cousin hat aktuell 11 Abonnenten. Und davon 10 Fake-Accounts. Was ist denn Spaß? Ähm... Ja, und wenn ich dann 30 Abonnenten direkt hab. Also grüße geht raus in meine Klasse. Ähm... Dann... hab ich die... Muss ich nur noch 20 Abonnenten sammeln. Dass ich 50 hab. Und ja, dann hab ich halt die Wette gewonnen. Und keine Ahnung was ich dann mach. Äh... Endlich Kohle! Bruder, ich such seit 7 Jahren. Und es wird nach... Ja... Ein Vorteil, ein Nachteil. So, Kohle, bitte sag mir das mehr als 3. Bitte! 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 Was? Es ist nur ein Kohleblock gewesen? Was willst du von mir Mojang? Ah! Also, falls man mich jetzt anders hört, also mit der Kamera, ich bin jetzt bei Faiko zu Hause. Ähm... Ja, okay. Okay, weiter geht's. Äh... Äh... Okay. Ich wollte heller stellen, dass ich ein bisschen mehr sieht, aber dass ich mehr sehe, nicht ihr. Aber... Das funktioniert nicht auf der Kamera. Äh... Man könnte eine scheiß Höhe immer leicht. Ähm... Ja, genau. Danke. So. Ähm... Ähm... Ja. Ich, ähm... Versuche jetzt einen Berg zu finden, nicht wieder so eine Höhle, wo mein... Oh scheiße! Äh... Wo mein Jump des Jahres war, wo ich den für Sixty total getroffen hab. Ähm... Ja. Hehe. Ähm... Ja, das hat man vorher gesehen. Okay, ich baue mich jetzt hier runter. Ähm... 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 Nichts... 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 Und wieder nichts. Weil da ist Erde! Okay, ich glaube ich muss mich weiter runtergraben. Ähm... Hier ist auch kein Eisen, hier ist kein... Nicht mal Kohle! Nicht mal Kupfer! Nur dieser Bruch... Bruchstein, ja. Ähm... Ähm... Ja, ähm... Super. Feiko wird auch gleich eine Hallo Nachbar... Also Hallo Nachbar Folge aufmachen... Äh... Also aufnehmen werden... Ähm... Wird es tun! Also... Schaut auch mal gern bei ihm vorbei! Supportet ihn! Hm... Wissst ihr, wer schneller die 50 Abonnenten hat? Was sagst du dazu, Feiko? Ähm... Schauen wir mal. Ja, vielleicht. Ich kann halt die ganze Klasse alarmieren. Wie gesagt, vorher schon... Grüße gehen raus, ich kann die ganze Klasse alarmieren. Und sagen jetzt! Abonniert mich alle! Ja, Grüße geht aus an Wolfgang Buchmeier! Der Typ ist mein erster Abonnent und ist aus meiner Klasse. Bruder Wolfi, danke! Äh... Hier ist einfach kein Eisen, sorry Leute, ich muss jetzt hier raus. Ähm... Das ist ja problematisch! Das ist... Das ist ja kaum zu glauben, diese Scheiße! Diese... Diese Minecraft-Ersteller sind ja voll die Dödeln! Es ist immer noch nacht, das hätte ich mir nicht gedacht, aber warte, sieh die Skelette weg! Wenn da ein einziger kommt, ich mach's sofort zu und der wird so bang! Okay, ich glaube es ist keiner hier, ja? Bauen wir uns mal hoch! In die Krise! Oh, ich hab eins gehört! Nein, Aua! Ich hab eins gehört! alle nun schnell 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 ich glaube ich bin mit genug gerannt und was er so ist okay das bin ich jetzt auch wieder nicht okay Prozent ich kann auch gut mal Mods runterladen für Minecraft um Lass das äh ähm äh äh da hinten ist schon wieder der nächste Spacko aber ich hab ein bisschen andere, ich hab Hunger ich muss immer noch so gehen ich hab immer noch keinen Berg gefunden oder keine Höhle also Höhle schon da hab ich ja meinen super Sprung gemacht der voll ins Wasser ging ihr könnt froh sein dass ich nicht im Wasser gelandet bin hätte ich da einen Arschall gemacht die ganze Welt wär voll mit Wasser äh 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 sorry ähm ach scheiße ich hab mein Laptop Kabel drüben vergessen verkackt man äh äh also okay ähm ja hier glaub ich ja hier ist ein Berg jawoll sui Cristiano Ronaldo also also wenn ich jetzt kein Eisen finde Cristiano Ronaldo dann esse ich eine Kichererbse was zur Hölle äh äh und ne Nase habe ich was schau was schaust du mich so an das ist ein Skelett mit voller Goldrüstung äh als ob ähm sorry nicht dass ich unhöflich sein möchte aber ich würde sie bitten um zu gehen schschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschsch Cola, jawoll. Endlich. Wenn der mir jetzt nachgerannt ist. Ja, okay. Dann nehmen wir auch noch das mit. Was hier unten noch ist. Hier sehe ich nichts mehr. Also von mir aus. Ja, Eisen. Endlich. Oh, nein. Bitte. Lasst mich in Ruhe. Warte, ich brauche kurz Erde. Bitte. Bitte, 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 lasst mich, lass mich. Nein, au. Saba. Aua. Nein, 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 nein. Ich habe voll wenig lassen. Nein, bitte nicht, bitte nicht schon wieder so wie vor. Nein, 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 nein. Okay, sie greifen sich selbst an. Okay, das nehmen wir so. Ah, das war Rakt. Da brauch ich noch Eis und schnell. Okay, das war dumm. Jawoll, hier ist Marag perfekt. Ja, für was? Der ist super, super, sebas, äh, sveikus. Danke. Ähm, Emeraldsmaragde sind sehr selten. Okay. Ähm, wieso spielst du das jetzt? Sie haben gesagt, du wartest auf mich. Ähm, so, machen wir mal einen Ofen an. Braten ein bisschen Fleisch. Schreibt mal in die Kommentare, also die drei Leute, die wahrscheinlich jetzt zuschauen werden, äh, aus welchem Land ihr kommt. Äh, schau, ja, das sind die, schau, ich hab's doch gesagt, das sind diese fliegenden Länder. Okay. Ähm, ja, bei der Folge sind wir eh auch schon bald am Ende. Jetzt wird's eh wieder einen guten Tag. Gott sei Dank, die Ausfahrt. Ja, da kann ich leise sein. Au, äh, 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 äh. Ah, der nächstes Mal ragt. Perfekt. Äh, 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 äh. Hä, wieso verbrennst du nicht? Hä? Es ist Tag. Es ist vielleicht nicht, noch nicht so hell genug. Aha! So. Ähm. Hä? Junge, verbrenn doch! Es ist Tag! Tag! Danke. Ähm. Jetzt kann ich schnell Erde abbauen. Genau gesagt einen Block. Häh! 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 Er verbrennt nicht! Hallo? Es ist Herobrine! Der illegale... Cheater! Oh ja, jetzt brennst du! Ah, jetzt brennst du! Ah, da wär ich ja der Dödel! Ja, renn weg! Besser so! Niemand wollte dich! Nicht mal deine eigene Gäste! Knochen! Häh! Versteht ihr wegen Skelettknochen oder so? Ähm. Ähm. Man kannst du nicht mal dein scheiß Handy auf lautlos stellen! Sorry Leute, ich hab beim Willkommens-Video gesagt möglichst wenig, möglichst wenig ausrasten. Und das mit Liebe zu den Zuschauern, das war vielleicht sogar ironisch gemeint. Was? Was? Ich hab nix gesagt. Oh. So, hier runter. Ähm. Ah, ah, ah! Pfff! Ähm. Hab ich je gewonnen? Ja. Okay, stellen wir das lieber hierher. Ähm. Ja, bei der Aufnahme sind wir auch langsam schon, kommen wir langsam zum Ende. Jetzt machen wir schnell das Eisen, weil wir haben unser Ziel erreicht, dass wir Eisen finden. Ähm. Mal schneller! Ähm. Ups. Ähm. Aber ich hab auch nicht solche Ziele, dass ich so ende wie Domtendo oder Monte. Die nettesten Typen, die das Wort Schreien nicht kennen. Abgehoben. Ähm. Ja. Und Minecraft, wie gesagt, ist so ein Spiel, so ein, das ist ein Spiel zum Runterkommen. Das Spiel, wo man ruhig bleibt. Man kennt's. So, die Steinspielsacke brauch ich, glaub ich, eh nicht. So, jetzt bauen wir schon den Smaragd noch ab. Eins. Wehe, du sagst sehr selten. So. Ähm. Sehr, sehr selten. Ich werde nie wieder eine Aufnahme bei dir starten. Also wirklich. Auch wenn ich zwei Stunden dafür warten muss. Du weißt, ich will 50 Abonnenten erreichen. Und ich bin bei einem! Gratulation! Celebration! 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 Ich kann das nicht sagen. Celebration! So, Kohle, können wir auch noch schnell mitnehmen. Die Kohle. Die Kohle. Kohle. So. Ähm. So. Was lachst du jetzt schon wieder? Halt's mal! So. Ähm. Ups. Sorry, Leute. So. Was. Wollt es nicht aus? Was befindet sich in dieser Höhle? Wir werden es herausfinden. Und wir gehen jetzt in diese Höhle. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Aber ihr schon. Los geht's! Beep! 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 Beep!